hey leute und willkommen zu einem weiteren video minecraft skywars nein leute und es ist ja ein bisschen her dass das letzte mal ein video gemacht hat ja ein bisschen mehr ein bisschen sehr viel mehr auf jeden fall leute nein es war nicht so dass ich ja okay ich war schon in aktiv aber auf einer anderen art und weise also ich habe ja ich habe nebenkanal beziehungsweise nicht ich alleine sondern mit einem freund und da haben wir videos gemacht könnt ihr auf jeden fall gerne mal vorbeigucken ist in der beschreibung verlinkt könnt ihr gerne mal vorbeigucken und unser kanal da abchecken und ja aber ich habe auch wieder lust bekommen hier weiter zu machen also hier videos weiter zu machen ich habe natürlich gesehen einige abonnenten und so sind jetzt natürlich ein bisschen inaktiver ich meine was will ich erwarten ich war auch selbst ziemlich lange in aktiv und ja deswegen habe ich mir so überlegt ach wisst ihr was ich fange einfach nur mal allein an weil auf einem anderen kanal zu zweit ist auch saukul muss sagen aber ich habe doch irgendwie noch mal bock alleine was zu machen und deswegen oh leute der hat ganz scheiße kurb den können den hole ich mir jetzt auch gott auch gott ich weiß ich leute es klingt irgendwie immer so oh nein er hatte ein gutes schwert es klingt irgendwie immer so als würde ich irgendwie mega rein schwitzen das höre ich selbst in der aufnahme aber ich tue es eigentlich nicht ich labern nur so viel müll dass das dass man das einfach schon gleich unterscheiden kann das ist irgendwie richtig belastend aber ja ist halt so ne okay und ja leute deswegen habe ich mir überlegt hey warum machst du nicht einfach weiter und machst hier noch mal ein paar tolle videos ja schön und ja und deswegen mache ich jetzt noch mal ein bisschen videos hier einfach das verfahren weil ich mir dachte ach komm ich mache ich habe eigentlich auch echt lust noch mal was alleine zu machen doch gott dann bekomme ich die dann nicht gut egal und ja deswegen mache ich das jetzt auch wenn ich gefühlt 200 mal wiederholt habe leute ich glaube ihr habt jetzt auch drauf und ja leute deswegen werden jetzt immer mal wieder ein paar videos kommen aber oh mein gott was hat der denn für stoff ja moin komm komm so leute in der zweiten runde nachdem das eben ich eben richtig richtig bitter verkackt habe also keine ahnung es war irgendwie so der typ hatte und ja demnach haben wir natürlich verloren oder ich und ja wie gesagt schaut gerne auf dem kanal von uns vorbei ist in der beschreibung irgendwo keine ahnung und ja fuck okay wir sind auf jeden fall in der mitte angekommen mit fallschaden aber passt schon hier sind die hinter uns nesen sind nicht mein mate und ich jetzt mal hier lang ja leute schneide ich mal wieder wie immer alles zusammen ist ja eigentlich auch nichts neues ne und ich habe bessere schuhe das ist schön und ja ich werde auf jeden fall einfach genau da weitermachen wo ich letztes mal weitergemacht habe nur diesmal mit irgendwie einfach keinem ziel auf youtube als letztes mal dachte hey vielleicht wird das hier ja was und so aber jetzt denke ich mir einfach ich ich habe noch mal so ein bisschen ich habe einfach nicht wirklich jetzt was anderes vor mit dem kanal aber auch irgendwie schon das kann man einfach nicht erklären es ist einfach ja in sowas ich weiß ihr denkt euch jetzt bin ich dumm und ich sage euch ja bin ich auf irgendeine art und weise auf jeden fall nein aber ohne scheiß es ist halt irgendwie wirklich seltsam und ja also das eigentliche was jetzt in dem ganzen video rauskommen soll ist halt einfach dass ich wieder videos machen werde ich jetzt halt nicht genau weiß wann und wie die kommen werden auf jeden fall welche kommen und ihr gerne einfach mal bei unserem zweiten kanal vorbeigucken können der skyruns ja der ist auch ganz toll und weil dann würde ich sagen spielen wir noch mal die runde zu ende es werden auf jeden fall vielleicht auch noch mehr videos mit anderen leuten kommen wieder ja mal gucken oh leute hier ist geil wir haben heiltränke des todes was ist denn los also oh mein oh das ist nicht mein mail hey ja genau so genau so sache ist er weiß halt einfach nicht wie viele heiltränke wir haben okay er wird uns er wird er wird locker turn around machen locker und da ist er oh fuck ich wollte mich eigentlich heilen aber oh gott jetzt hatte oder es war dumm ja okay jetzt haben wir junge wenn der uns den jetzt abstaubt ach danke ich dachte schon die sache ist wenn wir den voldier typ gut hitten können wir ihn sogar down bekommen nein ich habe eine halte range oh mein gott okay ich treffe ihn halt auch nicht junge was hast du denn für eine range alter okay leute ich würde sagen das war es jetzt ja 9 jetzt auch gott okay leute ich würde sagen das war es mit dem video so leute ich würde sagen das war es mit dem video auch wenn ich jetzt die ganze zeit verreckt bin oder so ich bin halt einfach null eingespielt aber ja so nimmt man heute 2017 videos auf würde ich sagen und ähm ja dann sehen wir uns einfach irgendwann wieder ja tschüss